Willkommen zurück, liebe Leute, zu Tomb Raider Definitive Edition für die PlayStation 4. Wir machen jetzt mal weiter und suchen, glaube ich, immer noch den abgestürzten Piloten, oder? Und natürlich weiterhin Sam, ist ja klar, die suchen wir auch immer noch. Ihre Spur führt zu einem alten japanischen Palast. Das klingt gar nicht gut. Hey, keine Sorge, sie macht sicher nur eine Besichtigung. Du bist ein schlechter Lügner, Alex. Ihr müsst da drin vorsichtig sein. Viel Glück. Es tut mir leid. Moment mal, warte mal. Ach du Scheiße, Leute, mir fällt das jetzt erst auf. Wenn ich schieße, ist das auch mit dem Bogen? Wenn ich schieße, leuchtet die Lightbar auf. Okay, mit dem Bogen nicht. Ihr kennt ja das Licht mit der Lightbar an dem PS4-Controller. Wenn ich da ballere mit den Schusswaffen, mit den richtigen, dann leuchtet das auf. Also, blinkt sozusagen. Ist ja ganz geil, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. So, Kurverbogen, blablabla, alles kalt geil. Das geht jetzt nicht. Das geht jetzt hier absolut. Also, überhaupt nicht. Ähm, ja natürlich. Zack hier. Da hat man den Bogen verbessert. Es ist ziemlich dunkel hier, irgendwie. Diese Ruinen sind älter als die Kofun-Periode. Ich finde irgendwie, besonders in so, in diesen Höhlen hier, wo das Wasser so runtertropft, das Licht bricht hier in die Höhle hinein. Gerade hier kommen so ein bisschen die viel, viel bessere, was heißt viel, viel bessere, ist jetzt auch wieder übertrieben, aber die geilere Optik. sehr, sehr gut rüber. Eine Königin. Himiko? Unglaublich. Für ein Kind hast du mir ziemlich viel Ärger gemacht, aber du bist ebenso naiv und berechenbar. Tötet sie! Das sitzen die Oni-Wächter! Ich bin in der Nähe von Shima-Zuri. 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 Guckt euch das an, das ist so krank. Und rein zufällig liegt hier die nächste Waffe. Sie suchen nach mir. Ich hasse Gräber. Eine Sonnenkönigin und ihre Sturmwache. Ist es das, was ich gerade gesehen habe? Himiko, die erste Sonnenkönigin. Das ist ja Matai. Du bist wirklich hier. Und wirklich, wirklich tot. Das ist unglaublich. Das sieht aus wie ein Feuerritual. Ein Opferritual. Schrecklich. Aber warum wurden die Frauen verbrannt? Eine Reise. Eine Pilgerfahrt nach... Ist das dieses Kloster? Wasser eingießen. Aber warum? Und da bist du Königin. Moment. Da wird kein Wasser eingegossen, sondern Macht übertragen. Das ist ein Aufstiegsritual. Die Wahl deiner Nachfolgerin. Da ist sie! Oh nein. Leg sie auf! Ja, kommt doch her, ihr Schweine. Was hält der Kollege hier aus, eigentlich? Das bezweifle ich, mein Kollege. Zum Frühausgewicht. Die haben ja einfach gar keine Chance hier. So, jetzt erstmal alle ausrauben. So. Was zum Teufel ist da unten los? Oh shit. Was zum Teufel ist das? Ein Oni-Wächter. Hießen sie doch, oder? Oni oder Omni? Omni-Bus? Obi? Obi-Wan? Kenobi? Okay. Ja, die Schrotflinde. Äh. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Hohohohoho Lara ist so knallwein hart, die Brau Der ist der Killer Ist hier drauf Ist aber ein Stückchen Ich würde mir das nicht mal zutrauen Um diesen Um diesen Balken herumzuklettern Wenn wir 5 cm über dem Boden wären Ich würde das wahrscheinlich gar nicht hinkriegen Und die hier Kilometer In der Luft oder so Und jetzt natürlich über Tränen gesagt Und das auch noch bei Sturm, Wind Ey, wieso wisst ihr das? Schnauze Wow, wow, wow Willst du dich einlegen bei mir oder was? Oh, alter Willst du mich verarschen? Was machst du für sch... Was machst du für Schaden? Hammerhart Boah Kurz mal nicht aufgepasst, bist du schon fast tot Okay Aber wir haben es ja überlebt Hä? Achso, hier hinten liegt er Weil das will ich auf jeden Fall mitnehmen, die Leute Den Bergungsgut möchte ich auf jeden Fall ordentlich haben Ach, Schnauze Ich hau dich einfach kaputt Ich weiß nicht warum, aber wenn ich diese Leute hier sehe Dann muss ich die ganze Zeit irgendwie an so An so Charaktermodelle aus Red Dead Redemption Aus dem Multiplayer denken So richtige Suffnasen Ich weiß nicht warum, aber Keine Ahnung Ähm Wie war denn das nochmal? Wie war denn das? Shit, 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 schließt du dich jetzt? Ich glaube, du schließt dich jetzt langsam, oder? Schließt du dich nochmal von alleine, oder muss ich das selber machen? Warte mal. Okay. Ja, kein besonders schwieriges Rätsel, auch beim ersten Mal nicht. Ich glaube, da habt ihr ein bisschen länger gebraucht hier als jetzt, aber so an sich. Okay.